Herzlich willkommen zu meinem Talk, virtuelle Welten kuratieren im digitalen Umfeld. Mein Name ist Tina Sauerländer und ich bin freie Kuratorin in dem Bereich und Gründerin diverser Plattformen, unter anderem von Peer to Space, unsere internationale Ausstellungsplattform. Die meisten Projekte, über die ich heute spreche, laufen auch über Peer to Space, beziehungsweise werden auch über unsere Kanäle mitkommuniziert. Und das zweite ist Radiance VR. Radiance VR ist eine Rechercheplattform, eine Online-Rechercheplattform für VR-Kunst und wir haben auch eine App für Virtual Reality-Headsets, genauer gesagt für die Oculus Quest. Aber auch darüber werde ich dann später noch näher sprechen. So, das sind die Hauptthemen meines Talks. Einmal geht es um Online-Ausstellungen, dann um Ausstellungen in virtuellen Räumen auf Mozilla Hubs und dann um das Ausstellen mit Apps, Apps für das Smartphone. Und dann um VR-Kunst im Ausstellungsraum, im physischen Ausstellungsraum, im Museum. Und dann zuletzt eben um Virtual Reality-Kunst online und eben auch auf entsprechenden Apps für Headsets, eben der Radiance-App. Ja, und das erste Thema Online-Ausstellungen treibt uns in Peer to Space schon seit ein paar Jahren um. Seit 2016, da haben wir die erste Online-Ausstellung gemacht. Und am Anfang haben wir, weil es ja online war im Internet, hauptsächlich digitale Arbeiten von digitalen KünstlerInnen ausgestellt und haben dann mit der Zeit aber überlegt, ach, es wäre doch eigentlich schön, wenn wir die beiden Welten, die physische und die digitale, noch mehr miteinander verknüpfen können. Und so haben wir zum Beispiel diese Online-Ausstellung gemacht, Mermaids and Unicorns, 2017. Und die heißt eben so, weil im Physischen natürlich Mermaids and Unicorns sind Fabelwesen, die gibt es nicht, mit denen kann man nicht sprechen, aber digital oder im virtuellen Raum natürlich gibt es durchaus Mermaids and Unicorns, mehr jungen Frauen und Einhörner, mit denen man natürlich sprechen kann und interagieren kann. Und das ist so ein bisschen die Grundidee. Und wenn wir jetzt hier durch die Ausstellung scrollen, sehen wir auch, dass es eben Videoarbeiten gibt und eben digitale Arbeiten und Fotografien von physischen Arbeiten, wie diese hier von Rose Eken, eine Installation aus kleinen Keramiken, die wir alle nebeneinander hier in diesen virtuellen, oder die auf diese Website als Ausstellung gestellt haben und die hier an uns vorbeifliegen und die wir eben dann abrufen können, die Videos anschauen können oder auch, wenn wir draufklicken, noch mehr Informationen zu den Arbeiten abrufen können. Und ja, um das Ganze noch so ein bisschen weiter zu treiben, haben wir dann 2018 kuratiert von Peggy Schoenegge und Daria Zub die Ausstellung Claiming Needles ins Leben gerufen, auch auf einer Website. Und hier geht es um ein rein physisches Medium, nämlich Embroidery Art, also auf Deutsch Handarbeitskunst, also Kunst wie Stricken, Sticken, Häkeln, also alles, was man mit den Händen macht. Und man sieht das hier schon an der KünstlerInnenliste. Es gibt ja fast über 50 KünstlerInnen, die bei dieser Ausstellung mitgemacht haben. Und da kommen wir schon gleich zu einem wichtigen Punkt von unseren Online-Ausstellungen. Uns geht es ja immer darum, mit Peer to Space die Besonderheiten des Digitalen auszuloten und die Möglichkeiten, die uns das Digitale bietet, zu nutzen oder auch gegenüberzustellen. So was funktioniert im physischen, was funktioniert dafür im virtuellen gut. Und online ist es natürlich so, dass die Ausstellungen von überall auf der Welt mit Internetanschluss und Browserzugang zugänglich sind, man sie anschauen kann. Und eben man hat auch die Möglichkeit, einfach 50 Arbeiten nebeneinander zu präsentieren in einer Ausstellung. Das sind natürlich Sachen, wenn man das im Museum machen will, 50 Arbeiten aus 50 Ländern oder so, macht viel Arbeit, verursacht viele Transportkosten. Und es ist natürlich ein Vorteil dann vom Online-Ausstellen, dass man hier Ausstellungen kommunizieren kann, Werke kommunizieren kann, die man sonst nicht so einfach zusammenbringen kann. Und so natürlich auch so ein breites Thema wie Embroidery Art, wo es ja auch ein sehr feministisches Thema ist, dass man wirklich breiter erzählen kann mit eben Arbeiten auch von ganz verschiedenen KünstlerInnen. Ja, und die letzte Online-Ausstellung, also die ganz aktuelle Online-Ausstellung Paradoxical Objects, auch kuratiert von zwei Peer-to-Space-KuratorInnen, so Bachmeier und Peggy Schönegge. In der Ausstellung geht es um Videoskulptur und man sieht schon, die Videos fliegen dann eben in den Ausstellungsraum rein und da kann man sich die auch draufklicken und anschauen. Aber was wir hier vor allen Dingen gemacht haben, ist ein gängiges Online-Tool zu nutzen, was wir alle kennen von Amazon, von Zalando, keine Ahnung, von Online-Plattformen, nämlich Filter. Wir haben uns überlegt, ach ja, wir haben ja verschiedene Videos hier auf der Seite und die könnte man ja unterschiedlich filtern. Einmal natürlich haben wir selber eine Reihung kuratiert, Curator's Choice hier und dann hat man aber auch als UserInnen die Möglichkeit zu sortieren nach Alter, chronologisch vom frühesten Werk zum ältesten Werk oder einfach vom Künstlername A bis Z. Und so hat man eben verschiedene Möglichkeiten, sich selber diese Ausstellung zu erschließen oder auch die Arbeiten in der Ausstellung zu erschließen. Und hier sieht man jetzt eine Arbeit der Berliner Künstlerin Maria Vedder. Und man klickt eben das Video an und sieht dann die Videoskulpturen. Wenn man draufklickt, hat man auch hier, wie sonst bei den anderen Ausstellungen, eben zusätzliche Informationen über die einzelnen Arbeiten. Und ja, auch hier wieder der Punkt, 50 Videoskulpturen, unter anderem von namhaften Künstlern wie Namjoon Paik, die hier mitmachen, oder Toni Ursler in einen Raum zu bekommen, ist nicht so einfach und so war es online natürlich viel einfacher auch möglich. Und selbst bei so einem auch sehr physischen Ausstellungsthema wie Videoskulptur, also das sind ja alles Arbeiten, die auf physischen Screens laufen, funktioniert das hier auch schon ziemlich gut online. Ja, und das ist so einer unserer Schwerpunkte, Online-Ausstellungen. Und dann kam ja letztes Jahr die Pandemie und alle unsere physischen Ausstellungen, die wir so hatten, wurden abgesagt. Und da haben wir uns natürlich auch überlegt, ich glaube irgendjemand hat das Mikro hier noch offen, vielleicht kann das nochmal kurz zugemacht werden. Und dann haben wir während der Pandemie natürlich auch überlegt, welches besondere Online-Format können wir eigentlich bereitstellen in der Pandemiezeit, wo man keine physischen Ausstellungen besuchen kann und wo wir de facto auch gar keine gemacht haben. Und so haben wir die Screening-Reihe Pass pro Toto ins Leben gerufen. Und wir sind ausgegangen von dem Gedanken, dass man ja während der Pandemie ständig allein vor seinem Screen sitzt. Und wir zeigen hier eben Videoarbeiten zu verschiedenen Themen, die immer aus einer sehr persönlichen Sichtweise auch erzählt wurden. Also der, die Künstlerin erzählt, eben eine persönliche Geschichte. Und so kann man sich, wenn man zu Hause vor dem Screen sitzt, eben in dieses Individuum, in diese persönliche Geschichte so richtig reindenken auch. Und wir fanden eben auch das Video ein gutes Format, das ist für Online-Ausstellungen, weil im Museum hat man oftmals so nicht so die Ruhe, ein Video in Ruhe anzuschauen, weil es ja viele Arbeiten gibt und man dann so schnell, schnell durch die Räume rennt. Und online zu Hause hat man vielleicht dann doch eher die Möglichkeit, die Arbeiten in Ruhe anzuschauen. Und die Serie heißt deswegen Pass pro Toto, weil natürlich jede persönliche Geschichte der KünstlerInnen sich immer spiegelt in gesellschaftlichen Zuständen. Und so haben diese Screenings eben auch ganz verschiedene Themen. Es geht um Identität, wie hier Another Person in You. Es geht um Heimweh oder auch im weitesten Sinne das Leben in anderen Ländern, in anderen Kulturen als der eigenen. In Screenings, wie Home ist, Where Heart ist zum Beispiel. Und genau das Aktuelle kann man sich natürlich auch auf unserer Website anschauen. Die wechseln alle drei Monate und das Format haben wir auch weiterhin beibehalten natürlich. Ja, und es gibt natürlich einen wesentlichen Unterschied zum Ausstellen auf Websites, zu Ausstellen in virtuellen Räumen. Man erschließt sie sich auch oft über den Browser, aber auf einer Website wissen wir ja, es ist zweidimensional. Man scrollt nach oben und unten und man ist eben alleine auf einer Website. Es gibt keine soziale Interaktion und das ist mit virtuellen Räumen eben ein bisschen anders. Und da gibt es die Plattform Mozilla Hubs. Das ist eine Open Source Plattform, mit der jeder eigene Räume gestalten kann, wie auch immer. Man kann Kunstwerke machen, man kann Ausstellungen machen, man kann alles Mögliche damit machen. Und mit diesem Tool haben während der Pandemie sehr viele KünstlerInnen und KuratorInnen angefangen zu arbeiten, so auch wir. Und zwar haben wir zusammen mit der Galerie Priska Pasquer in Köln die von ihr initiierte Ausstellungsreihe One to One bespielt. Und zwar die ersten vier Ausstellungen in der virtuellen Galerie. Das hier sind Bilder von der ersten Ausstellung, die wir hatten. Light shines through the curtains of time mit Kunstwerken von Onella Fieres. Und hier sieht man schon, man geht in eine virtuelle Galerie rein. Das geht auch alles über den Browser. Es gibt andere Avatare, mit denen kann man sprechen, wie auf einer normalen Eröffnung auch. Man redet viel zu wenig über die Kunst und tauscht viel zu viel persönliche Geschichten aus. So war es auch bei unserer Eröffnung. Und hat aber auch hier die Möglichkeit natürlich jederzeit in diesen Raum ganz einfach über den Browser zurückzukehren. Und man hat natürlich auch die Möglichkeit, physische Kunstwerke auch wieder ganz anders zu zeigen als im physischen. Zum Beispiel auf dem Bild, auf diesem Video unten rechts, sieht man die Installation, die hinter der Galerie eigentlich ist. Die Galerie befindet sich auf einer Insel. Und dort gibt es eine große Leinwand, die ist so zehn Meter hoch, würde ich mal sagen. Sieht man jetzt hier nicht natürlich, auch auf dem Screenshot. Aber da kann man dann am besten, wenn man das Virtual Reality Headset hat, sich dann wirklich davor stellen und auf die Liegestühle legen und das Video eben anschauen. Und im Vergleich zum Ausstellungs-Museumsraum hat man hier keine Probleme, den besten Beamer zu bekommen, den lichtstärksten Beamer zu bekommen. Man fügt einfach die Datei ein oder den Link zur Datei und dann erscheint das Video da. Also hängen, Ausstellungen hängen, ist natürlich auch etwas unkomplizierter. Kommt drauf an, im virtuellen Raum. Und man hat natürlich die Möglichkeit, nicht nur die Räume selber neu zu hängen, neue Kunstwerke an die Wand zu hängen. Wie hier links zum Beispiel in der Ausstellung Portrait of the Future, sieht man hier in den Räumen eine andere Hängung von Gemälden. Die Gemälde gibt es auch im Physischen, sind echte Gemälde, die wir hier im virtuellen Raum zeigen. Aber man hat natürlich auch die Möglichkeit, die Insel selber immer wieder neu zu gestalten. Hier zum Beispiel mit großen Skulpturen oder mit Aquarellen, die im Wasser schwimmen. Man sieht das ganz leicht unten, also auf der linken Seite, auf dem unteren Bild, da sieht man dann die Aquarelle der Künstlerin im Wasser. Und dann in der Ausstellung kann man dann da hingehen und die sich dann wirklich dort anschauen. Antonia, dich sehe ich hier im Chat. Ich sehe nicht alle, aber ich sehe deine Hand. Ich hätte mal eine Frage und zwar, es schaut großartig aus, vor allem natürlich auch die Kunstwerke. Das Surrounding von Mozilla Hubs mutet ja schon immer noch so, nicht so, also wenn ich mir dann so an manche Computerspiele denke, was die schon, sage ich mal, für tolle Grafiken hat. Was ist denn so deine Prognose, wann, so sage ich mal, auch für solche Anwendungen die Grafik von zum Beispiel Mozilla, habst du die nächste Stufe erreicht? Mit mir hat einfach mal jemand erklärt, dass bei den ganzen Computerspielen einfach unfassbar viel Geld verwendet wird und deswegen die alle so grafisch oder halt in der Aufbereitung schon nochmal ein Stück weiter sind. Aber hast du da so eine Einschätzung, wann wir auch für solche Themen so die nächste Stufe erreichen? Ja, auch bei Computerspielen ist natürlich definitiv so. Es ist sehr viel mehr Geld in der Branche und, aber selbst bei Online-Spielen ist es so, dass man eine gute Internetverbindung braucht, dass die auch nicht so hoch aufgelöst sind, wie zum Beispiel Offline-Computerspiele. Das ist da schon auch nochmal ein Unterschied. Aber so, und der Vorteil hier ist natürlich, und das haben Computerspiele nicht, dass es auch Virtual Reality-tauglich ist. Also diese Räume, die man zwar auf dem Browser sich erschließen kann, diese 3D-Welten, kann man auch, also das ist Web-VR, das Ganze passiert über einen Browser. Das heißt, du hast denselben Link und mit diesem Link zu dem Raum kannst du den Raum auf deinem Screen anschauen oder in deinem VR-Headset, also mit VR-Brille, dort den Link eingeben und dann wirklich den Raum, wirklich betreten, also in VR wirklich betreten, dann stehst du in diesem Raum drin. Du siehst es nicht mehr von außen, du stehst drin. Und das braucht natürlich auch viel Leistung. Und da die meisten Computerspiele eben nicht so gestrickt sind, sondern nur als Screen-based gestrickt sind und nicht für VR, ist es halt auch nochmal einen Unterschied. Aber das stimmt generell, Mozilla Hubs ist sehr beschränkt mit Polygon, aber man kann dort zum Beispiel schon viel mehr machen als auf die Central Land, was eine NFT-Basierte, Blockchain-basierte Plattform ist zum Beispiel. Also es ist immer, ja, die Entwicklung, wann wird es besser, wann können wir höhere Auflösungen benutzen, liegt wirklich auch stark an unserem Internet und natürlich an der Leistung von unseren Rechnern. Und ja, solange beides nicht mehr hergibt, als es jetzt tut, kann man halt da nicht jetzt viel mehr machen, weil es dann einfach an den Endgeräten nicht mehr läuft. Das ist so ein bisschen die Problematik. Und ja, genau. Also Mozilla, also diese Räume hier funktionieren zum Beispiel angeblich auch auf dem Smartphone. Damit wird Mozilla Hubs auch. Und teilweise stimmt es auch, aber es ist schon, nicht jeder Smartphone-Prozessor kann das wirklich so gut handeln. Und ist natürlich auch sehr klein. Also Computerscreen sollte es eigentlich schon sein. Naja. Ja, aber auf jeden Fall sehr spannende Plattform. Und vielleicht kurz noch rechts zu der Ausstellung. Die Künstlerin beschäftigt sich mit unserem transparenten Dasein im Internet, in dem Bots und Algorithmen unsere ganzen Daten sammeln. Also wir sind transparente Wesen. Das Internet ist transparent. Und dementsprechend hat sie dann auch kurzerhand die ganze Welt samt Galeriewänden erst einmal aufgelöst und in diesem nebligen Zustand unserer Unkenntnis, über was im Internet eigentlich alles mit unseren Daten passiert, zusetzen. Ja, auch eine tolle Ausstellung. Sind auch noch alle zugänglich. Über die Website von Posca Posca findet man auch die Links. Und ich möchte natürlich die Gelegenheit nutzen, euch alle einzuladen. Und zwar am nächsten Donnerstag, am 25.11. von 6 bis 8. Da öffnen wir eine neue Ausstellung. Rise of Giants. Aufstieg der Giganten mit dem Künstler-Duo Banz und Bowinkel. Und genau, da könnt ihr direkt auf der Eröffnung sehen, wie es ist, sich mit anderen dort zu treffen, mit anderen Avataren. Und natürlich auch die Ausstellung angucken. Genau. Und der Link wird dann kurz vorher oder jetzt die Tage wahrscheinlich schon auf der Website von Posca Posca oder bei uns auf Pietro Space natürlich auch veröffentlicht. Und ihr braucht kein VR-Headset. Es ist definitiv cooler mit VR-Headset. Aber am Screen funktioniert es auch sehr, sehr gut. Ja, und dann haben wir mit Pietro Space auch dank Neustadt Kulturprogramm unseren eigenen virtuellen Raum eröffnen können. Und auch auf Mozilla Hubs natürlich. Und da ging es uns darum, natürlich auch so weit wie möglich die digitalen Möglichkeiten zu nutzen. Also uns zum Beispiel so weit wie möglich zu entfernen von einem Wildcube. Sozusagen, wie kann man einen Ausstellungsraum auch bauen, wenn man keine Wände hat? Wie kann das funktionieren? Und wir haben zum Beispiel eben diese Umgebung gebaut, wo es noch eigentlich theoretisch kein Oben und Unten gibt mehr. Wobei die Plattform selber schon eben so eine Richtung vorgibt. Von daher kommt man da jetzt noch nicht drüber hinweg. Aber eben, wir haben verschiedene Plattformen gebaut. Wir haben dieses Band gebaut, was die ganze Ausstellung, so den ganzen Raum so ein bisschen zusammenhält. Und eben versucht, eine ganz neue Form von Ausstellungsarchitektur zu finden. Und in unserer ersten Ausstellung, Immaterial Matter, kuratiert von Peggy Schoenegge, gibt es eben verschiedene Skulpturen. Und man sieht hier schon, das ist eine Skulptur von Mausen Hasrati. In die kann man reinfliegen. Man befindet sich eigentlich in aufgelösten, gespiegelnden Polygon in dieser Arbeit. Und man merkt schon, dass hier Skulptur im virtuellen Raum natürlich ganz anders funktioniert. Die Skulpturen können sich bewegen, sie können schweben, sie können ihre Farbeform und so weiter ändern die ganze Zeit. Und auch, man kann reinfliegen. Man bekommt ganz neue Ebenen von Skulpturen natürlich mit. Und es ist eben nur möglich im virtuellen Raum. Und wenn man jetzt wirklich mit dem VR-Headset hier reingehen würde, in dieses Umfeld, würde man natürlich auch die größten Verhältnisse wahrnehmen, was jetzt über den Screen nicht wirklich möglich ist. Aber genau, und der Link dazu ist auch über unsere Website natürlich zugänglich. Und genau, eine Arbeit von Nadine Kohl und sie, auch eine Skulptur, die sich immer wieder neu eben dann zusammensetzt und auseinandergeht. Und ja, es ist toll, einen virtuellen Ausstellungsraum zu haben. Und ich freue mich auch schon auf die nächsten Ausstellungen im nächsten Jahr. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, über Apps auszustellen, also über Apps, die man mit dem iPhone oder über ein Android-Phone laden kann und dann auf seinem Handy eben auch anschauen kann. Also wenn noch Fragen sind, am besten Handheben oder Mikro einfach öffnen, weil ich sehe das hier, ich kann den Chat gerade nicht lesen. Und der Vorteil an Ausstellungen mit Apps ist natürlich der, dass sie sehr zugänglich sind. Also fast jeder hat ein Smartphone, mit dem das funktioniert, mit dem man die App öffnen kann, im Gegensatz zu einem VR-Headset. Das hat jetzt vielleicht nicht jeder zu Hause. Und so hat dieses Ausstellen mit Apps auch seine Vorteile. Aber es ist natürlich nicht so immersiv, logischerweise, weil der Smartphone-Screen natürlich sehr klein ist. Und wir haben zusammen, also Ursula Ströbele, Kuratorin und ich, wir haben zusammen mit dem KünstlerInnen-Kollektiv Momar, mit AR hinten aus New York, in diesem Jahr eine App entwickelt. Die Momar-App, die gibt es auch im App Store. Dazu kommen dann gleich noch ein paar Informationen. Und mit dieser App gelangt man zu der Ausstellung Augmented Species. Und in dieser Ausstellung gibt es auch wieder Skulpturen, vier Skulpturen von vier KünstlerInnen, die sich im weitesten Sinne mit spekulativen, digitalen Formen von neuen Spezies, von neuen Arten beschäftigen und überlegen, wie kann, wie können eigentlich, wie kann Natur weitergedacht werden im virtuellen Raum oder im digitalen. Und die Joanna Hoffmann hat eine Kugel entwickelt. Das sind eigentlich zwei Kugeln übereinander. Es ist so eine Art rhizomatisches, lebendiges Gebilde, was so ein bisschen an so Pilzstrukturen auch erinnert, die sich so rhizomatisch fortpflanzen. Tami Kotil, eine Münchner Künstlerin, hat eine Koralle gebaut, rein aus Plastikelementen, die ja unsere Meere leider zu sehr bevölkern. Man sieht hier diese große grüne Quietscheente, kleine gelbe Quietscheentchen, Flipflops, aus denen diese Skulptur besteht. Sophia Crespo und Philippe McCormick haben direkt ganz neue Wesen entwickelt, die man dann in der Ausstellung sieht. Und Carla Gennes beschäftigt sich mit dem Bison. Also diese Unterart des Bisons ist leider ausgestorben, aber sie hat sie digital eben in einer anderen Form wieder zum Leben erweckt. Ja, und mit diesen vier Skulpturen, eigentlich sind es fünf, kann man dann, wenn man sich die App runtergeladen hat, interagieren. Man sieht das hier in einem Video und die in dem Lieblingsmuseum oder auch zu Hause installieren, selber installieren. Also man kann selber eigentlich kuratieren. Man nimmt die Objekte und installiert sie im Raum. Und ja, mit dieser App geht es uns um mehrere Sachen. Also einmal geht es uns darum zu überlegen, wer darf eigentlich im Museum ausstellen? Wie funktioniert die Gatekeeping-Rolle von Museen, wenn man eigentlich mit digitaler Kunst in jedem Raum einfach bespielen kann über das Smartphone? Und so haben wir auch kurzerhand, also die Ausstellung läuft seit September in verschiedenen renommierten Kunstinstitutionen, in der Pinakothek der Moderne in München, in der Neuen Nationalgalerie in Berlin, in Santo Pompidou im MoMA, New York, haben wir erstmal die großen Venues uns rausgegriffen und dort die Ausstellung exklusiv gezeigt, über jetzt die letzten Wochen. Und eben auch die Fragen gestellt, wie, nicht nur wer kann im Museum ausstellen, aber auch wie kann man zum Beispiel ausstellen, wie könnten vielleicht Museen auch digitale Kunst sammeln und sie zusammen mit ihren bereits bestehenden physischen Arbeiten auch ausstellen. Das sind auch so Gedanken, die uns eben wichtig sind bei dieser App. Genau. Und jetzt ab dem 5.11. funktioniert die App überall. Sie ist nicht mehr an eine Location gebunden. Man kann jetzt in unser Lieblingsmuseum gehen und die Skulpturen dort installieren oder man kann das natürlich auch dann zu Hause ausprobieren. Ja, worüber ich mich sehr freuen würde und auch gern über Instagram-Posts mit der Ausstellung unter dem Hashtag Augmented Species. Immer sehr willkommen. Und da gibt es natürlich auch noch viel, viel mehr Bilder. Genau, hier sind auch noch so ein paar Ansichten aus dem Museum. Und genau das Spannende ist eben auch, dass man Kunst nicht mehr selber nur einfach betrachtet, sondern selber zur Kuratorin, zum Kurator wird, indem man die Objekte ja selber platziert, sich selber überlegen muss, wo passt was am besten hin, warum stelle ich jetzt dieses Objekt zu dieser Skulptur und warum verbinde ich, stelle ich jetzt die beiden zusammen aus. Und das sind eben auch interessante Fragen stellen, die natürlich sich eine Kuratorin, wie ich ja, jeden Tag stellt und ja, mit denen man dann selber eben auch das Ganze so ein bisschen ausprobieren kann. Ja, und dann geht es jetzt in den physischen Raum, in den physischen Ausstellungsraum mit VR-Kunst. Und das ist ein Thema, mit dem ich mich schon seit fast fünf Jahren beschäftige. Anfang 2017 habe ich die erste große Ausstellung zum Thema im Haus der elektronischen Künste in Basel kuratiert. Die Ausstellung hieß Die ungerahmte Welt. Und die Bilder, die wir jetzt sehen, ist die letzte große VR-Kunst-Ausstellung, die ich gemacht habe in diesem Jahr im Haus am Lütze-Platz in Berlin, Resonanz der Realitäten. Und das ist die Ausstellung vom VR-Kunstpreis der DKB in Kooperation der CAA Berlin, die so auch zum ersten Mal stattgefunden hat. Und zwar hat die DKB Stipendien ausgeschrieben für in Deutschland lebende VR-KünstlerInnen. Und dann haben wir einen Open Call gelauncht. Und auf diesen Open Call haben sich über 100, ich glaube 106 KünstlerInnen aus ganz Deutschland beworben für diesen Preis. Und es gab dann eine Shortlist und dann gab es eine Jury, die eine Auswahl getroffen hat aus allen Einreichungen. Und dann gab es fünf Stipendiatinnen, die jeweils 4.000 Euro bekommen haben als Stipendium. Und on top, also obendrauf, noch diese Ausstellung im Haus am Lütze-Platz und am Ende dann auch noch ein Preisgeld für die VR-Kunstpreise. Es gab ja wirklich auch eine Preisverleihung. Und ja, Resonanz der Realitäten. Ich glaube, es ist klar, worum es geht. Es geht um die physische und die virtuellen Realitäten, um die beiden Welten, die manchmal zusammenlaufen, vielleicht auch aufeinanderprallen. Und jede Installation von jedem Künstler, jeder Künstlerin bestand aus zwei Teilen, einem VR-Teil und einem physischen Ausstellungsteil. Und die habe ich hier mal ein bisschen gegenübergestellt. Einmal links die Arbeit von Patricia Detmering. Dort sitzt man im Ausstellungsraum oder steht man im Ausstellungsraum vor einer sehr großen Leinwand, vor einer sehr großen Projektionsfläche und schaut von der Vogelperspektive auf eine aus Aquarellen der Künstlerin gestaltete Welt drauf. Und wenn man sich dann dorthin setzt und die VR-Brille aufsetzt, ist man mittendrin. Man ist auf Augenhöhe mitten in dieser Welt mit den Menschen oder mit den Avataren, die diese Welt eben bevölkern. Das sieht man dann oben in dem Video. Ja, und Armin Kepplinger, er beschäftigt sich mit Skulptur im Virtuellen wie im Physischen. Und ja, im Physischen natürlich ist so eine Skulptur an gewisse Bedingungen geknöpft. Schwerkraft zum Beispiel ist eine sehr maßgebliche Größe, aber auch der Ausstellungsraum. Man kann ja jetzt nicht über die Decke hinaus ausstellen oder eine Skulptur durch den Boden am besten noch ausstellen. Das geht ja nicht. Und so sind Armins physische Skulpturen hier auch genau an diese Kondition sehr stark gebunden. Aber im Virtuellen, wenn man die Brille dann aufsetzt, steht man einer über 30 Meter hohen Skulptur gegenüber und nähert sich hier an, fliegt über sie drüber. Das sieht man dann in einem Video oben drüber. Und genau, insgesamt gab es vier verschiedene Skulpturen von Armin Kepplinger, vier verschiedene virtuelle Skulpturen von Armin Kepplinger in der Ausstellung. Und Erveline Benchitschawa, sie kommt aus der Fotografie und hat eine Fotoserie gemacht, die wir unten im physischen Raum installiert haben. Man sieht das unten auf dem Bild. Eine Serie von, über eine Frau, es ist nicht wirklich eine Frau, also es ist eine Frau, aber keine bestimmte. Man sieht auch nie wirklich ihr Gesicht. Und in dieser Serie geht es um die Befreiung Befreiung der Frau aus patriarchalen Mustern, Denkmustern, Strukturen. Und in Virtual Reality hat Erveline diese Bilder zusammen mit ihrem Team eingebettet in computergenerierte Bildwelten, wie hier in diese Art U-Bahn-artige Untergrundszenerie, wo dann um einen herum immer wieder dieses Bild, wo man fotografiert wird, erscheint. Und dazu erzählt sie eben auch noch eine Geschichte. Und so besteht diese VR-Arbeit eben aus sieben verschiedenen Szenen, wo diese fotografischen Bilder wieder zu neuem Leben erweckt werden. Ja, und bei Banzo Bowenkel, das seht ihr auch hinter mir, befindet man sich in so einer Art gelb-schwarzen Crash-Test-Dummy-Anordnung, in so einer Versuchsanordnung und findet sich dann im virtuellen Raum, in einer Welt wieder, auf der man auf Avatare trifft. Und diese Avatare sind Sinnbilder oder Symbole für die Bots und Algorithmen, die uns jeden Tag im Internet umgeben, die wir da nicht sehen können, aber die hier versuchen dann mit uns zu kommunizieren im virtuellen Raum. Ja, und das hier ist die Gewinnerin des ersten VR-Kunstpreises, Lauren Moffitt, mit der Installation Image Technology Echos. Und man sieht das hier links unten auf den beiden Fotos. Im Ausstellungsraum befindet man sich in einem Raum mit vielen verschiedenen physischen Kunstwerken. Es gab Zeichnungen, es gab Diaprojektionen, Gemälde, Skulpturen. Und diese ganzen Arbeiten hat man dann, wenn man das Headset aufgezogen hat, auch wieder getroffen, nur in anderen Formen. Also zum einen geht es, Lauren Moffitt, eben darum, dass Bilder abhängig sind von dem Medium, in dem sie präsentiert werden. Also dass sich Bilder einfach anders darstellen, egal ob sie jetzt gemalt sind, ob sie Dias sind, ob sie Zeichnungen sind, ob sie in VR existieren, auf einer Website und so weiter. Und dafür möchte sie mit der Arbeit ein Bewusstsein schaffen. Und dann macht sie aber auch noch was ganz Tolles. Und zwar befindet man sich in VR hier in diesem Ausstellungsraum, wieder den wir hier gerade gesehen haben, wo auch links oben das Mädchen drin steht. Und in diesem Ausstellungsraum befinden sich zwei Personen. Einmal dieses Mädchen und dieser Mann. Und die stehen vor einem Gemälde, das sie zusammen betrachten. Und sie tauschen sich darüber aus. Jetzt sieht man wieder eben diesen Ausstellungsraum. Und gleich gibt es noch so kurz einen Schwenk hier auf das Gemälde. Und indem man im Ausstellungsraum einen Schritt nach vorne geht, während man das VR-Headset auf hat, gelangt man in die Kopfräume, in die Köpfe der beiden ProtagonistInnen. Man sieht hier ja schon so die Räume. Die gehen hier so auf. Und jetzt macht man einen Schritt und ist dann auf einmal in dem Kopf von dem Mann drin. Und so in seiner Innenwelt, in seinem kulturellen Gedächtnis. Und so erfährt man, wie der Mann eigentlich die Welt sieht. Und dass er das Bild ganz anders sieht, als es sich vielleicht in Wirklichkeit darstellt. Oder als es das Mädchen eben auch sehen, als das Mädchen das Bild eben sehen würde. Und in ihrer Arbeit geht es eben auch um diese Resonanz der Realitäten im zwischenmenschlichen Sinn. Also die bewusst macht, dass wir eben alle die Welt mit anderen Augen sehen. Und ja, eine ganz, ganz tolle Arbeit. Und wegen diesen tollen, auch Interaktionsmöglichkeiten, hat sie den ersten Preis gewonnen, des VR-Kunstpreises. Ja, dann komme ich jetzt zu meinem letzten Thema, VR-Kunst online und auf Ad. Und hier geht es jetzt eben um unsere Plattform Radiance VR. Und Radiance VR ist eine Website, auf der man VR-Kunstwerke recherchieren kann. Also genauer gesagt, die Dokumentation von VR-Kunst. Und zwar haben wir diese Plattform 2017 gegründet. Ich habe die zusammen mit Philipp Hausmeier gegründet. Und uns ging es eben damals darum, zu sagen, wir brauchen einen Ort, auf dem VR-Kunst dokumentiert ist. Weil damals war das quasi nicht vorhanden. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Museum war oder ein Medienkunstfestival oder so und VR-Kunst zeigen wollte, was seit ein paar Jahren ja doch einige wollen, konnte man schlecht wirklich recherchieren. Und dafür wollten wir eben Abhilfe schaffen und eine Plattform schaffen, auf der KuratorInnen wirklich gucken können, was gibt es denn an aktueller VR-Kunst. Und dementsprechend haben wir die Seite gegründet. Und mittlerweile haben wir, ich glaube, 190 Arbeiten von über 165 KünstlerInnen aus 35 oder 37 Ländern auf dieser Plattform versammelt. Genau. Und man kann eben so gucken nach Künstlern, nach verschiedenen Kategorien oder nach einem bestimmten Headset und so auch dann Arbeiten für sich finden. Und ein Herzstück sind natürlich die Kooperationen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Hier ist eine Auswahl mit verschiedenen Ausstellungshäusern in Barcelona, in New York, in Toronto, mit dem Locarno Film Festival, über die wir die KünstlerInnen, die wir auf der Website eben präsentieren, auch wirklich in Ausstellungen bringen konnten. Und so eben einen besseren Zugang auch für das Medium geschaffen haben und auch mehr Leute mit VR oder VR-Kunst eben auch in Berührung gekommen sind. Und genau, wir präsentieren nur Arbeiten aus dem Bereich der Bildung und Kunst, weil es uns eben auch wichtig war, das ein bisschen abzugrenzen. Also zu sagen, okay, VR ist super, kann man für vieles benutzen, von Spielen über Porno, über Education. Man kann auch Netflix in VR gucken, kann man alles machen. Aber wir wollen eben noch so eine Art Safe Space schaffen für was bildende KünstlerInnen eben mit diesem Medium machen. Und deswegen haben wir diese Seite eben auch ins Leben gerufen. Und hier sieht man jetzt nochmal so eine Dokumentation. Also zu jedem Werk gibt es einen Text. Es gibt verschiedene Bilder. Hier, das ist die Arbeit Wunderkammer von Carla Gennes, aus der auch das Bison stammt, was wir bei Augmented Species schon gesehen haben. Und dann gibt es natürlich auch so ein Video Walkthrough. und damit kann eigentlich jeder Kurator, Kuratorin schon einen guten Überblick gewinnen über die Arbeit und sich auch überlegen, ob er sie vielleicht ausstellen möchte in einer der nächsten Ausstellungen. Ja, und da ist natürlich in der Vergangenheit so war, dass die Plattform sehr gut ankam und alle meinten, ja Mensch, ist ja super, dass ihr eine Plattform schafft, auf der man VR-Kunst recherchieren kann. Aber wo kann ich denn eigentlich die Arbeit selber mal anschauen? Und ja, um uns diesem Problem zu widmen, haben wir in den letzten zwei Jahren eine App entwickelt, die Radiance VR-App für Oculus Quest und Oculus Quest 2 Headsets, mit der man VR-Kunst eben auch dann im Headset zu Hause, jeder kann die App kostenlos runterladen und kann dann die Arbeiten anschauen. Aktuell haben wir noch eine Kollaboration mit Gazelli Arthouse in London und zeigen eben vier verschiedene Arbeiten, die man jetzt derzeit sehen kann. Wir werden aber die Plattform umbauen und ab nächsten Monat, kurz vor Weihnachten, kommerziell launchen. Und dann wird diese VR-App, also es wird weiterhin kostenfreien Inhalt geben, aber es wird vor allen Dingen eine Streaming-Plattform für VR-Kunst, die so ähnlich funktioniert wie Prime Video. Man kann sich ein Kunstwerk für 1, 2, 3 Euro, je nachdem, ausleihen und dann für 48 Stunden zu Hause streamen und sich das Ganze dann anschauen. Und damit wollen wir eben auch eine neue Form für die Kunst entwickeln, die vielleicht eine größere Zugänglichkeit schafft zu Kunst, die aber trotzdem die Videos verfügbar hält und die aber auch gleichzeitig eine Einnahmequelle wird für KünstlerInnen, um vielleicht eben auch mit ihren digitalen Arbeiten auch Geld zu verdienen. Die sind ja auf dem gängigen Kunstmarkt, auf dem traditionellen Kunstmarkt nicht wirklich so gut verkäuflich. NFTs ist nochmal ein anderes Thema. Ich wette, da kommt vielleicht die Frage zu. Da können wir dann in der Diskussion nochmal darüber sprechen. Genau, aber auf jeden Fall könnt ihr VR-Kunst zu Hause auch über die Radiance-App anschauen. Ja, und das war mein Überblick über digitales Kuratieren. Und ja, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Vielen Dank.